Freunde, Emra B ist hässlich. Ich bin schöner als Yusuf. Freunde, war es gerade. Willkommen zu einem neuen Vlog. Willkommen bei Emre X. Ramadan Vlog Nummer 5. Viel Spaß mit dem Video. Emra B ist hässlich. Yusuf ist auch hässlich. Like das Video, kommentiert das Video, teilt das Video und viel Spaß mit dem Video. Emre, war das jetzt? Viel Spaß mit dem Video. Oder tschüss. Spoiler jetzt schon. Ich geh Edeka mit Brugabe, danach gehen wir Aral. Emra B isst was. Spaß, ey. Schneid es aus, das Wichs. Voila. Wir haben gehört, Edeka ist alles kostenlos und jetzt gehen wir dahin. Alles kostenlos. Annel, ich weiß nicht warum, aber warum hast du hier ein Ei? Digga, keine Ahnung, seit 10 Jahren liegt es da. Ich war eben schon bei Edeka einkaufen, eben vor 10 Minuten. Jetzt gehen wir noch, also gehst du noch mal. Was ist jetzt alles in Angebot hier? Also bis jetzt ist alles teuer. Immer wenn ich mit Brugabe einkaufen gehe, sehe ich diese Dings, diese Milchpreise. Der holt sich da mal diese. Guck mal, entweder diese da. Wollen wir was Neues probieren? Ja, ja, ja. Was ist Neues für dich? Oreo. Ja, 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 ja. Junge, ich zahl keinen 4 Euro für diese. Ich schwöre, ich zahl keinen 4 Euro. Dann hol zwei, 8 Euro. Let me flow. Lass es um, meine Hose. Gieß es um. Ja, Nougat, hä? Nougat, Nougat. Ja, Nougat. Willst du oder nicht? Hol. Gut und günstig, Digga. Wir müssen immer auf diese gucken. Gut und günstig. Chili. Wir nehmen beide. Es ist sauer einfach. Wir machen einfach. Ja, ja, mach. Wow. Oh, Mann. Was? Willst du? Hol. Was war das gerade? Was hast du geschickt? Lange. Ah. Ich habe die auch geholt. Ich habe die schon geholt, aber Dings. Guck, warte. Ja. Die hier. Skittles. Saure Skittles. Willst du? Ja, diese saure Skittles. Geil. Nein, wir machen so Dings. Wir spielen das jetzt. Ja, wir spielen das. Was soll ich spielen? Hm? Was soll ich machen? Nein, noch nicht jetzt. Ey, Yusuf. Ach, warte. Warte, jetzt. Warte, warte. Warte. Ey, Yusuf. Warte. Klingt gut. Ey, Yusuf, ich komme gleich. Ja, okay. Ja, okay. Ey, Yusuf. Nein, wir kommen nicht mehr. Wir kriegen das nicht mehr hin. Ey, Yusuf, ich komme nicht. Ja. Ich bin gerade alleine. Ich warte auf Bruderkabel. Bruderkabel ist kurz drin. Ja, und... Wo ist der dann? Hä? Ey. Was macht der? Ey, der hat einfach Auto... war schon angest... Also, der hat es einfach gestartet. Hallo. Boah. Oh, ne? Ey. Ey. Fenster ist offen. Oh mein Gott. Ich meine es ernst. Ey. Bruderkabel. Guck mal. Die Tüte ist nass. Ey. Stopp. Ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Am Ende sterb ich oder so. Lahm. Guck mal. Seht ihr das? Wenn das jetzt Bruderkabel erfährt, der wird sich auch denken, lahm. Bin ich dumm oder so. Ey, es geht ja noch weiter. Fuck, ich muss Fenster zumachen. Wenn es die Richtung am Ende mach's hoch. Ich lasse einfach so. Am Ende, egal. Mir passiert schon nichts. Ey, das geht zu. Die Garage. Hä? Digga, die sperren mich hier ein einfach. Was ist das? Staubsauger. Ey, soll ich dir mal was sagen? Setz dich mal kurz hin. Hä? Guck mal nach hinten. Was passiert? Fenster war ein bisschen auf. Nein. Ich weiß ernst. Hä, deswegen? Aber es geht auch nicht mehr zu. Das ist Dings. Cool, ey. Bist du das gewonnen? Nein. Du hast nicht mal richtig zugemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Sag Wallah. Ja. Hä? Ja, ich will. Am Ende mach ich falsch. Nein. Am Ende mach ich auch. Nein. Was gibt's heute? Spargel. Nein. Warum nein? Ich will doch kein Spargel. Sieht mal? Ich hoffe, ja. Spargel. Und unten ist noch Kartoffeln. Und die Soße kommt auch noch. Und die Soße. Wir haben noch 20 Minuten und dann... Guck mal, wie viel ist heute? 20.18 Uhr. Ja, meine Freunde, ich bin gelten. Emre, ich bin auf. Ich kann mal schauen. Ich hoffe, ich nehme auf, Emre. Oder bist du noch müde, oğlum? Nein, ich sehe nichts. Emre, ich weiß. Mach Pause. Emre, wie geht's dir, oğlum? Gut. Ich lerne, ich kenne das. Was? Bald bin ich Profi und dann bin ich nur noch am Video drehen. Ich gehe dann mit der Kamera arbeiten. Burak? Essen schon fertig. Was gibt's heute zum Essen? Spargel. Hä? Spargel. Ne yaptın oğlum bugün? Ne pişirdin? Ne yiyeceğiz? Baka an, nöge. Mantı çorbası. Bakayım. Nasıl göstereceğim? Mantı çorbası. Olmuyor, 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 olmuyor. Hier habe ich pilau gemacht. Hımm. Pilau yaptım. Burada da köfte. Ooooo. Leka, leka. Köfte, biber, sincroni biber. Aha. Burada da Biraz çorba var, fangestan var. Hier habe ich gerade Spargel. Gümüşöpraten mit Helaz Olsa. Hahaha. Gümüşöpraten. Gümüşöpraten. Ok, und was hast du heute alles gemacht? Ja. Gümüşöpraten. Also bis jetzt, Auza Emre hat keiner Wahrheit erzählt. Doch. Danke. Du hast gestart. Hahaha. Hahaha. Nami. Naptın kuzum? Pşşt. Oma. Bana baksana. Zoro. Gene bulmuş. Bakalım. Okey, freundet. İftar time. Eeeem. Ne. 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 Ah nein, du machst den Spargel rein einfach. Soll ich dir was erzählen? Jusuf stinkt. Nami, komm zu mir. Ich war ein Auto waschen. Jusuf, kannst du auch wieder was machen? Nein. Hast du wieder so gesagt gemacht? Hollandais. Das ist komisch. Entweder man beschwert sich über alles, was es gibt oder sei mal zufrieden mit dem was man hat. Der weiß aber nicht, wie man Spargel isst. Wir üben ein paar Tricks mit Nami und Zorro. Nami springt schon sehr hoch. Zeig Markus, wie hoch du springst. Ja, und das waren vielleicht so 20%. Wir wollen jetzt mit Jusuf, kennt ihr diese Katzenvideos, wo man so Plastikbecher aufstellt und die Katzen müssen Step by Step immer so drüber springen. Also ich sag für Nami gar kein Hindernis. Nami springt so weit, wie sie will. Aber Zorro, der wird einfach alles rumschmeißen. Also das ist die erste Stufe. Ja, das ist das erste Level. Mal gucken, ob du drüberkommst. Nami, geh auf Zorro. Aha. Hey, drück dich Marieren auf dem Kopf. Oh, Nami. Ja, Zorro auch. Der ist super. Ja, okay, das ist geschafft. Stark. Ich hab Zorro. Level 2. Ich sag Zorro verliert den Arm. Nami, Nami, direkt. Wie bist du das? Zorro. Ey Zorro, warte doch mal. Die checken nicht, wie das funktioniert. Ihr dürft die Becher nicht berühren. Ich weiß nicht, ob ich das gefilmt habe. Der schafft es nicht. Du hast es geschafft. Ey Zorro. Ey Zorro, pass auf. Ey, du Fettsack, du Fettsack. Nee, die haben es beide geschafft. Yusuf hat es auch geschafft, nächstes Level. Zorro kommt niemals durch. Achtung, Zorro. Achtung, Achtung, Achtung. Du Loser. Du Loser. Der geht einfach kacken. Wie der Polen, der ihr habt. Oh. Ja, die nimmt keinen Anlauf. Wenn die Anlauf nehmen würde, die würde viel mehr springen. Ja, und zurück, zurück. Easy. Zorro ist egal. Der hat es geschafft. Der hat es geschafft. Der hat es geschafft. Der hat es geschafft. Ja. Das ist höher. Ach so. Von unten nach oben. Wenn das jetzt jemand schafft. Ja, wir hatten keine roten Becher mehr. Deswegen haben wir so Kaffeebecher noch genommen. Und wer von beiden das jetzt schafft, der ist meine Lieblingskatze. Okay, jetzt spring drüber. Was denken die sich? Ey, geh weg. Geh weg. Was denkt der sich? Schummla. Scheiße. Buh. Zorro. Ey. Juhu. Challenge 2. Jetzt gehen wir in die Länge. Komm, Nami schon. Zorro ist nur am chillen. Nami macht dich bereit. Und du? Du denkst dir, du schaffst es locker, gell? Ah, hallo, Nami. Ohne Schummeln. Oh, eins. Eber auf, eber auf. Nami kommt. Achtung. Ah, wieder eins. Ja, Mann. Guck mal da schaffen. Oha. Kommt her. Oh, eins. 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 Ah, null. Wir müssen noch weiter. Noch weiter, gell? Ich werde so ausrutschen. Nein, ich werde so ausrutschen. Doch, du schaffst es. So oder so. Dann zieh ich drüber aus. Ja, fast. Oh, wie ein Tiger, Junge. Oh, wie ein Tiger, Junge. Oh, die geht auch Schnelligkeit nicht auf dich. Hey. Hey. Servus. I remember. Hier gibt's Humortas. Eigel. Oh, wie süß. Der Yusuf und ich, wir haben einen Tanz einstudiert. den Wort, den wir euch jetzt noch mal zeigen, bevor wir schlafen gehen. Und zwar, let's go, Yusuf, bist du bereit? Okay, let's go. Okay, das war unsere Aufführung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und Dankeschön. Oei. Warum hast du jetzt schon Crepe? Hm? Weil ich dann arbeiten gehe für heute Abend. Erstmal nur Crepe und dann habe ich Hähnchen rausgenommen. Die tue ich dann. Crepe-Füllung mit Hähnchen. Erster Crepe ist eigentlich immer falsch. Also, der wird nicht immer gut. Das ist eine Sache, nicht mehr zu machen. Aber wir werden nicht mehr nur den Tag machen. Oh! Ich will nicht, dass die ich will. Ich mach doch extra. Die kommen nach dem Backofen. Denkst du nicht? Ja, mach. Was denkst du? Mach, mach, mach. Ei, ei, ei! Biosuppe! Elegante! Awesome! Wir haben hier unser Fleisch. Da ist unser Crepe. Und jetzt machen wir in dieses Crepe Fleisch. Anne zeigt, wie das geht. So. Eigentlich kann man hier auch Erbsen. Semi, du musst jetzt Erbsen holen. Und dann umdrehen und dann. Und das machen wir jetzt. So. Ist hier sowas zum ersten Mal, gell? Fleisch, du Crepe. Ja, Pumya. Fett, ne? Weee. Anne liest jetzt wieder eure Kommentare. Ich kommentiere nur wegen Burak. Akif. Ja, Burak hat gesagt, ich muss mal. Echt? Oh, Burak. Neck. Neck. Nackto. Sechs. Acht. Sechs. 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 Echt. Ir Fan Afzali. Ihr seid die Besten. Es bockt so hart euch zu schauen. Ihr gebt mir gute Laune. Asena Bas. wieder mal ein schönes video ich liebe euch macht macht weiter so du bist ein super star endpunkt hat geschrieben ab 20 26 bin ich gestorben wie die mami bobo auseinandergenommen hat das problem war ich habe das nicht gesehen die also die pullover war im trockenergriff wir dürfen essen wir dürfen essen der josef hat uns verarscht du wolltest uns verarscht wir warten hier mit josef der buraxen stahl ich weiß nicht für deine suppe messer auf jeden fall wie schwer war es für dich heute von 1 bis 10 3 wie immer so der geht ja mit mir ja aber was machst du wer geht mit dir ok als freunde nudeln habe ich gemacht das habe ich gemacht salat habe ich gemacht nichts davon gemacht aber guck mal nudeln wir haben fertig gegessen deine bewertung für das essen was machst du da überhaupt kämpfst du nach mir oder was alles ist schon weg alles ist wieder raus ja ok sag mal auf 1 bis 10 was gibst du dem essen warum sag ich immer so das essen war sehr 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 lecker 1 bis 10 ah ne essen war sehr lecker 10 hey du sagst 10 jetzt sagst du 10 das heißt entweder du bist ein lügner du hast die ganze zeit gelogen oder du bist ein lügner du lügst jetzt lügst du oder lügst du das heißt das war das erste mal dass dir was richtig gut geschmeckt hat bei ander oi freunde das war es mit dem vlog das war ein gröbser von dem vlog auf jeden fall falls euch der vlog gefallen hat gerne liken kommentieren und daumen nach oben und kommentiert gerne lasst die vlogs alle schön viral gehen die kommen bis jetzt sehr gut bei euch an das erste video hat fast schon 10k und ähm flieg hoch der vlog jetzt war vielleicht etwas kürzer dafür kommt am freitag wieder ein etwas längerer vlog ja ich hab's euch gesagt ich kann nur die vlogs so lang schneiden solange wir never gonna give you up also die vlogs sind immer so lang wie Yusuf, Bubu und ich filmen der vlog am freitag wird wieder bisschen länger weil wir was geplant haben ich bring Yusuf ja wenn Burak mitkommt kommt er auch mit ich weiß nicht ob der mitkommt also ich weiß nicht ob der arbeitet ich bring euch zu den Felsen wieder ähhhhh der hieser freu ist es schon weiß ich es nicht den vlog seht ihr dann am freitag direkt wieder ihr müsst zwei Tage einfach warten zwei Tage ihr müsst nicht lange warten ihr müsst ihr kriegt am freitag direkt wieder einen langen nice xxl vlog von uns gib einen Kuss du bist krank jungen was machst du warte warte bleib mal ernst dabei doch wir sind die besten nur zu dritt jeder schaut die Videos weil wir zu dritt lustig sind also alle Daumen hoch und abonnieren und nicht vergessen alle die Glocke aktivieren siehst meine Wife sie sagt mein Leben sei zu exzessiv gibt einen Jahreslohn aus in einer Noble Boutique wir caern ein Boutique empfie die Glocke und warte